Was sagt uns die Poesie von Goethe heute? Welche Bilder hat er mit seinen Worten kreiert? Warum bist du, Geliebte, nicht? Welche Musik ergeben diese Bilder? Ich möchte die Farben zusammenbringen. Kulturen zusammenbringen. Die Klänge zusammenbringen. Und einfach mal zu sehen, explodiert es oder nicht? Die Klänge zusammenbringen. Kulturen zusammenbringen. Kulturen zusammenbringen. Oh, 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 oh.